Wir haben nun die Möglichkeit, mit Peter Fischer und auch Dominik Kohnen die drei Referenten nochmal da vorne zu haben, plus auch noch weitere Personen aus dem Bundesamt von Bauten und Logistik da zu haben. Wichtig ist mir zu sagen, das Ziel der heutigen Konferenz ist ja wirklich, sich vorzubilden, haben wir beschrieben, um gemeinsame Lösungsansätze zu entwickeln. Und wir werden später am Nachmittag nochmal die Möglichkeit haben, auch eine kontroversen Podiumsdiskussion, Aspekte zu beleuchten. Jetzt geht es wirklich darum, Sachfragen zu klären, wirklich auch Verständnisfragen. Herr Steiner hat es ausgeführt, das ist zum Teil alles ziemlich kompliziert. Von dem her geht es auch darum, jetzt hier gewisse Sachen zu klären. Und wir haben zwei Mikrofone. Wir möchten Sie gerne einladen, sich an Dominik Kohnen, Peter Fischer und Marc Steiner mit Fragen zu richten. Können Sie noch schnell warten, bis wir das Mikrofon bei Ihnen haben? Guten Abend, Firma Zülke. Frau Gernik Kohnen, Sie haben erwähnt, die Schwellenwerten. Wie sieht es aus mit der Dauer? Also wenn man eine Lösung beschafft, ist die Dauer nicht von Bedeutung. Wenn man aber Personalverleih, Ausschreibung macht, dann schon, oder? Die Dauer. Also ich denke, dass die Dauer, wenn wir in ein konkretes Beschaffungsprojekt gehen, dann müssen wir uns natürlich schon überlegen, wie lange wollen wir einen Vertrag abschliessen. Die Verordnung spricht von fünf Jahren. In Ausnahmefällen kann das länger dauern. Und entsprechend müssen wir dann den Auftragswert schätzen, eventuell noch mit optionalen zusätzlichen Leistungen. Aber grundsätzlich spielt die Dauer schon eine Rolle. Sowohl bei irgendwelchen Güternbeschaffungen, die wir vielleicht während mehreren Jahren beschaffen, als auch bei irgendwelchen Dienstleistungen, die wir vielleicht über gewisse Zeit brauchen. Also ich denke, grundsätzlich muss man beim Auftragswert schätzen, die Dauer mit berücksichtigen und eher grosszügig sein, also eher im oberen Bandbereich sich dort bewegen und dann eben öffentlich ausschreiben. Sonst ist man dann sehr schnell bei einem Splitting, beziehungsweise bei Folgeaufträgen, wenn man zu kurzfristig denkt. Also ich denke, dass wir dort eigentlich eine Praxis haben, wo wir weit in Zukunft vorausschauen. Aber die fünf Jahre sind ein Richtwert, sind nicht festgeschrieben? Das ist ein Richtwert, sagen wir es mal so. Wenn wir natürlich länger Verträge abschliessen, dann schliessen wir immer den Markt aus während dieser Zeit. Deshalb ist es immer eine Abwägung. Wir haben einerseits natürlich ein Interesse, immer mal wieder den Markt spielen zu lassen. Auf der anderen Seite haben die Anbieter natürlich ein Interesse, auch immer wieder mal anbieten zu können. Gleichzeitig haben wir auch ein Interesse, mal dann Ruhe zu haben für fünf, sechs, sieben Jahre. Das muss man abwägen und ich denke, dass man dort eben auch gut beraten ist, wenn man wirklich die Lebensdauer ein bisschen anschaut. Es macht keinen Sinn, wenn wir nur für zwei Jahre ausschreiben, im Wissen, dass wir eigentlich vier oder fünf Jahre brauchen und dann mit Freihändigen kommen. Deshalb haben wir dort eigentlich schon die Praxis, dass wir eher eben langfristig denken. Vielen Dank. Vielleicht noch kurz, haben Sie noch Ergänzungen dazu? Ich hätte vielleicht eine Frage, die ein bisschen hier einen Anschluss macht. Ivo Leis, Jens Baslau und Partner. Die Dauer ist das eine, aber die Lösungsentwicklung in verschiedenen Phasen, Konzept, Realisierung, später Pflege, Wartung und so weiter. Sie haben Schwellenwerte genannt. Wie müssen diese Schwellenwerte angewendet werden auf diesen ganzen Entwicklungsprozess, einer komplexen Softwarelösung? Oder anders gefragt, wie viele Jahre Wartung müssen damit eingerechnet werden? Sehr gute Frage. Ich denke, was man vielleicht in der Vergangenheit ab und zu mal gesehen hat, ist, dass man ausgeschrieben hat und dann plötzlich gemerkt hat, oh, wir waren zu wenig, mit der Wartung haben wir zu wenige Jahre ausgeschrieben. Wie gesagt, das hängt ab vom konkreten Einzelfall. Ich denke, dass man einfach wirklich sich bewusst machen muss, wie lange brauchen wir das, wie lange ist jetzt diese Applikation im Einsatz und entsprechend das natürlich dann auch hinein nimmt. Was man immer wieder sieht eben, oder es kommt immer wieder die Frage aus, ja, müssen wir das jetzt auch in diesen Auftrag hineinnehmen? Das Konzept, Realisierung, dann irgendwie Wartung oder nicht? Und das sind ganz schwierige Fragen. Eigentlich gehen wir heute von einem Bedarf aus und alles, was in diesen Bedarf fällt, nehmen wir nach Möglichkeit zusammen. Und zwar eben bis end of life. Wenn möglich. Wenn möglich. Es gibt immer wieder Ausnahmen, aber grundsätzlich gehen wir schon von einer, soll ich sagen, Gesamtbetrachtung aus heute. Also das heisst konkret, drei, vier Jahre, fünf Jahre Betrieb einer Lösung muss innerhalb dieser 230.000 Franken Platz haben. Sie sprechen die Höhe der Schwellenwerte an. Es ist tatsächlich so, dass wir gerade bei komplexen Informatikprojekten ist dieser Schwellenwert sehr tief. Da ist man praktisch immer drüber. beziehungsweise wenn Leute zu mir kommen und Beratung wollen und dann haben sie das Gefühl, ja, wir sind ja noch im Einladungsverfahren. Und dann schaut man es ein bisschen näher an, nimmt noch Wartung hinzu und sagt, okay, fünf, sechs Jahre, dann ist man sehr schnell drüber. Es ist heute so, es ist nicht so, dass wir nicht versucht haben, diese Schwellenwerte zu erhöhen. Wobei, das ist natürlich eben wiederum dieser internationale Rahmen, das GPI, das uns das vorgibt und die Schweiz ist dort in diesen Verhandlungen auf taube Ohren gestossen. Deshalb bleibt es vorübergehend bei diesen 230.000 mit der Folge, dass wir rausschreiben müssen mit einem entsprechenden Aufwand für uns und natürlich auch für die Anbieterseite. Können Sie noch schnell warten? Im Gesetz steht ja, dass wenn man eine unbestimmte Dauer hat, dann rechnet man mit vier Jahren. Wie stark geht man da nach dem Wortlaut im Sinne von, ich weiss, das geht wahrscheinlich ziemlich lange, aber unbestimmt, oder? Aber dann nehme ich mal vier Jahre, dann fahre ich vielleicht noch besser, als wenn ich dann sechs, sieben Jahre nehme. Gemäss Wortlaut wäre es ja okay. Ja, es ist ein bisschen ein unschönes Konstrukt, weil wir in einer Bestimmung von fünf Jahren sprechen und dort bei einer unbestimmten Laufzeit von vier Jahren hochgerechnet, ist ein bisschen ein unschönes Konstrukt, wurde auch schon oft diskutiert. Für mich ist, also ich stelle jeweils wirklich die Frage, wie lange braucht ihr das wirklich und was braucht ihr alles für Leistung, kommt noch Wartung hinzu und dann lasse ich eigentlich diese Bestimmung der vier Jahre eher auf der Seite und gehe wirklich auf diese fünf Jahre los, eventuell dann eben das sechste, siebte Jahr noch optional. Also für mich, ich weiss nicht, wie wir das andere sehen hier, für mich ist eher massgebend wirklich der Bedarf, dass wir wirklich vermeiden können, dass wir in drei Jahren mit komischen Freihändern da sind. Das ist ja auch politisch so gewünscht, dass wir diese Zahl der Freihänder herunterfahren und eine Massnahme ist natürlich einfach, dass wir eher grosszügig ausschreiben mit der Folge, dass natürlich für diesen Zeitraum der Markt dann geschlossen ist. Herr Steiner, Sie hatten angetönt, Sie schauen auf den Inhalt, nicht auf die Verpackung. Wie beurteilen Sie diese Frage jetzt bezüglich Lauffrist? Das hat das Gericht noch nicht entschieden, damit ist die Antwort gegeben. Aber Sie sehen die Pointe, oder? Ein lieber Freund von mir hat gesagt, hör mal, es macht absolut keinen Sinn, ein nachhaltiges Gerichtabfuhrkonzept für zwei Jahre auszuschreiben. Das funktioniert nicht, oder? Wenn ich investiere, dann muss ich einen Vertrag haben von mindestens fünf Jahren, damit all diese Investitionskosten sich rechnen. Und wenn ich einen 0815-Kerichtabfuhr-Tour mache, wo nichts in Nachhaltigkeit investiert wird, dann kann ich das vielleicht auch für zwei Jahre ausschreiben und dann den Wettbewerb wieder spielen zu lassen. Und es ist im Prinzip eine Güterabwägung zwischen den Zielen, die Herr Kwonen in seiner Präsentation gezeigt hat. Und was er richtig sagt, das unterstütze ich voll und ganz. Das ist eben ganz wichtig, was ist der Beschaffungsgegenstand? Und je nachdem, wie ich es wünsche, kann ich sogar bei der gleichen Gerichtabfuhr andere Ziele haben. Der Anbieter, von dem ich spreche, der hat keine Chance, wenn es darum geht, in einer Billigkonkurrenz die möglichst dreckige, aber kostengünstige Abfuhr zu liefern. Aber wo es darum geht, Müllabfuhr als Visitenkarte eines gediegenen Ambiente zu liefern, in Zermatt, und man bereit ist, dafür beliebig zu zahlen, ist der, der den Zuschlag erhält. Also es kommt doch darauf an, wie die Bedürfnisse definiert sind. Punkt der Bedürfnisse. Hast du von Seiten der Bundesverwaltung noch eine Überlegung? Vielleicht ein Punkt, den ich zusätzlich noch versuche einzubringen, jetzt gerade bei diesen quasi relativ kleinen Aufträgen, wo wir immer um die Schwellenwerte herum sind, lohnt es sich schon, sich zu überlegen, im Voraus und nicht im Nachhinein, was ist eigentlich trennbar. Denn auch die Bundesverwaltung hat das Interesse, wirtschaftlich zu beziehen. Immer noch. Und weiterhin. Und wir kennen ja die Modelle der Anbieter, dass man vielleicht für eine Lösungsentwicklung etwas knapp rechnet, weil man weiss, man kriegt dann über die Wartung wieder das eine oder andere rein. Oder umgekehrt, je nachdem. Und auf der Beschaffungsseite oder auf der Bedürfnisse, der Bedarfsstellenseite nach Orgfö, auf der Bedarfsstellenseite macht man sich natürlich auch die Überlegung, wie kriegen wir möglichst Wettbewerb in diese Angebotslandschaft rein und was lässt sich sinnvoll gruppieren und umgekehrt, was lässt sich sinnvoll trennen. Und da kommt es wirklich auf den konkreten Gegenstand an. Vielen Dank. Noch ein, zwei Fragen und dann würden wir dann in die Pause übergehen. Herr Steiner, Sie haben gesagt, Folgebeschaffung kann freihändig gemacht werden, wenn am Anfang eine korrekte Beschaffung erfolgt. Wenn nicht, was tut man als ausschreibende Stelle? Also das ist ja die Pointe. Die Folgebeschaffung, das ist einer der missbrauchsanfälligsten Bestimmungen überhaupt. Weil der Beschaffungsregulierer stellt sich vor, dass ich am Anfang etwas Grosses kaufe und dann noch zwei kleine Sachen dazunehme. Und das ist die Folgebeschaffung. Aber in gewissen Sektoren läuft es eben anders. Da hat man am Anfang relativ etwas Kleines und möchte dann passend dazu noch Accessoire, das dann aber viel mehr ist. Und da merkt man schon, da folgt etwas nicht der Logik dieser Norm. Das ist mal die eine Seite. Und die andere Seite ist die, dass wenn ich sage, ich möchte noch etwas Kleines dazu, dann sollte ich am Anfang mal anständig publiziert haben. Das ist das Konzept dieser Norm. Und wenn das nicht passiert, dann stellt sich die Frage, ob sich die Vergabestelle auf diesen Litra F berufen darf. Das heisst, wenn man sagt, die Vergabestelle darf sich nur dann auf Litra F berufen, wenn sie am Anfang anständig ausgeschrieben hat und sie merkt, dass sie das nicht gemacht hat, dann stellt sich die Frage, ob man nicht hier statt einem Freihänder ein anderes Verfahren wählen muss. Besten Dank. Vielleicht noch kurz als Ergänzung. In unserer Praxis haben wir häufig eben ein Litra F, eine strenge Voraussetzung, und der setzt eben einen Grundvertrag voraus. Also wir müssen schon mal ein offenes, selektives Verfahren gemacht haben. Es gibt noch eine andere Bestimmung, das ist der Buchstabe C, ein bisschen ähnlich, und der setzt in unserer Praxis nicht zwingend einen Grundvertrag voraus. Ein bisschen anders, ich möchte jetzt nicht auf die Details eingehen, aber das wird zum Teil von uns auch für Folgebeschaffungen verwendet. Okay, es gibt noch eine Frage da oben. Aber genau bei diesen Folgebeschaffungen ist ja in der IT das besondere Problem, dass man eben manchmal mit der Erstbeschaffung schon Fakten schafft, und man dann eben bei der Folgebeschaffung, wenn sie jetzt sagen, ja, dann müsste man dann ausschreiben, weil man es zuerst nicht richtig gemacht hat, dass das dann eigentlich eben nur noch beschränkt möglich ist. Und wie kann man eigentlich rückwirkend, kann man so einen Fehler im Beschaffungsrecht nicht ausbügeln? Oder ausser man verschwendet viele Steuergelder, weil man vielleicht umstellt auf ein neues Produkt deswegen. Das kann es ja nicht sein. Das ist die Frage, die sich dann stellt. Also Sie können ja auch offen ausschreiben und gewisse technische Spezifikationen vorgeben, dann können Sie das Risiko ein bisschen einschränken. Und da stellt sich natürlich die Frage wieder, inwieweit das rechtskonform ist. Aber die Pointe ist ja einfach, die Freihänder, die Zulässigkeit von Freihändern ist eine ganz andere Geschichte als die Regel der offenen Ausschreibung. Zuerst müssen wir mal schauen, müssen wir den Wettbewerb herstellen oder nicht. Und dann erst, wenn wir wissen, dass wir ihn herstellen müssen, fragen wir uns unter welchen Bedingungen. Darum hat ja die Verwaltung dann auch ein Enterprise Agreement unter Microsoft Resellern aufgeschrieben. Also das ist quasi die pragmatische Antwort auf Ihre Frage letztlich. Ich denke, derartige Situationen entstehen nicht bloß aus Fehlern, sondern die können auch anders entstehen. Man kann einen relativ kleinen Ausschreibungsgegenstand ordentlich beschaffen in dem Verfahren, in dem es notwendig ist. Und erst danach sieht man, was noch dazu kommen kann. Und manchmal ist das effektiv nicht voraussehbar. Oder zumindest nicht so voraussehbar, dass man direkt das Gesamte beschaffen könnte. Denn häufig sind das Schritte, die man durchwandern muss, bis man so weit ist, dass man wieder konkrete nächsten Schritte genügend fassen kann, um ihnen die Beschaffung zu geben. Und das ist eine kleine Krux, mit der wir, glaube ich, noch nicht ganz zu Boden gekommen sind. Okay, gibt es noch letzte dringende Frage? Okay. Sorry, I'll do this in English, because I understand the talks, but my German is not that good, that I can ask the questions in German as well. There's one thing that comes from the three talks, and I was wondering, are you familiar with the concept of exit costs? Because when you do procurement, you can figure out the cost that it will take you to get out of the problem that you install. And that would give you room to change to an alternative solution later on. Exitkosten sind sicher nicht bloß ein spannendes Thema, sondern an und für sich in einer Lifecycle-Betrachtung oder in einer Total-Cost-Betrachtung ein notwendiges Element. Die Frage, die wahrscheinlich zehn Jahre im Voraus nicht ganz so gut beantwortet werden kann, und das ist ungefähr der Zeitraum, ist, wie dann eben die Kosten einzuschätzen sind nach zehn Jahren. Die Technik, die macht doch noch die ein oder andere Entwicklungen durch in der Zeit. Auch die Bedürfnisse entwickeln sich. Von dem her, das Konzept müssen wir versuchen einzubeziehen. Aber die Anwendung im Einzelfall ist noch recht tricky. Ich nehme das Beispiel ERP wieder. Ist also recht tricky, die Exitkosten daraus einzuschätzen. Viel Vergnügen. Also, viel Vergnügen wünsche ich Ihnen jetzt auch in der Pause. Eine Minute – das war es, das war es, das war es. Aber das war es, das war es. Ich habe jetzt in der Pause.